Die ersten Schritte mit Merlin iPhone. Nachdem Sie Merlin iPhone aus dem App Store kostenlos heruntergeladen haben, tippen Sie auf das Programmsymbol. Beim ersten Start von Merlin iPhone erscheint ein Hinweis. Dieser beschreibt die hier gezeichneten Schritte in einer kurzen Anleitung. Tippen Sie auf Einfügen. In der Serverliste erscheinen automatisch alle lokalen Server mit Hilfe von Bonjour. Möchten Sie sich mit einem entfernten Merlin Server oder Client verbinden, genügt das Antippen auf das Plus-Symbol. Geben Sie nun die IP-Adresse des Merlin Servers ein und vergeben Sie einen optionalen Namen. Tippen Sie auf Fertig, um die Angaben zu übernehmen. In der Serverliste erscheint nun der Servername samt der dazugehörigen IP-Adresse. Zum Löschen des Servers streichen Sie mit dem Finger über den Eintrag und bestätigen Sie mit Löschen. Zum Verbinden mit dem Server tippen Sie auf den Servernamen. Merlin iPhone baut eine Verbindung zum Server auf. Alle publizierten Projekte werden hier mit angezeigt. Tippen Sie auf ein Projekt, um dieses auf Ihr iPhone zu laden. Danach erscheint es in der Projektliste und kann mobil betrachtet und bearbeitet werden. Besuchen Sie uns im Internet unter projectvizards.net